Sie strahlt von innen und von außen 2007 zierte sie im Alter von gerade einmal sechs Jahren das Cover der französischen Book und wurde das schönste Mädchen der Welt genannt Elf Jahre später wird Zihar Lulane Blandur, 17, diesen Titel immer noch gerecht Und ihr Strahlen dürfte aktuell umso größer sein Denn die 17-Jährige scheint mächtig verliebt zu sein Fotografen erwischten sie knutschend unter der Sonne Malibus Dort war sie mit ihrem neuen Freund Milaine Merite unterwegs Arm in Arm schlenderte das Paar am Mittwoch in lässigem Outfits durch die Stadt und ein Einkaufszentrum mitten in dem vermeintlichen Date kam es sogar zu einem Kuss Der 18-Jährige ist Franzose, hat seine Wurzeln in Paris Er ist Musikproduzent und DJ und als solcher anscheinend auch in Mélabu unterwegs Auch Zihar Lulane kommt gebürtig aus Frankreich Das Modell ist die Tochter des französischen Ex-Fußballers Patrick Plandu und der Moderatorin Béonie Calopré Musik 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 Musik